Hallo und herzlich willkommen, endlich ist es soweit, Aberration ist da und wir wollen natürlich sofort mal reinschauen. So, ich bin jetzt an der Stelle ein Spielermodus. Ich auch, ich bin auch da! Ich wollte das sagen, die Sandy hoffentlich auch. So, also eingestellt habe ich es eigentlich schon, ich habe da jetzt hier so ein vorgefertigtes schon genommen. Ich stelle mir das mal an. Aber ich heiße nicht Plus. Carol ist da auch nicht Mensch. Nee, ne? Auch wenn ich einer bin, aber... Oh nein! So, nicht wundern. Ich stelle mich mal kurz auf offline. Das geht mir sonst auf die Nerven. Was habe ich jetzt eingestellt? Äh, um Höhe? Nein, ein bisschen höher. Wie viel zu klein! Nein, wieder ein bisschen nichtreger. Foltern! Schmaler! So... Weinlänge... Oh, ein bisschen kleiner. Geht doch. Ich bin kleiner... Ich bin kleiner, aber fein. Okay. Passt mit den Armen wieder nicht. Bei easiest spawnen? Ja, würde ich sagen. Ja, dann... Können wir. Auf los geht's los. Los. Ja. Was? Dein Ernst? Einfach so, auf los geht's los, los. Voll ohne Vorbereitung. Ich bin auch so gespannt. Oh, es dödelt mir vor ins Ohr. Mir noch gar nichts, irgendwie. Juckt! Juckt! Huch, wo sind meine Texturen am Arm? Jetzt habe ich Loading unten stehen. Oh, Pilze! Ein Pilz am Morgen vertreibt Kummer und so. Heute noch? Wird das noch was? Nein, erst morgen. Nein, erst morgen. Die, 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 die... Macht er bei mir. Also, ich hoffe, dass... Alles mit dem Spiel-Sound und TS-Sound dieses Mal so hinhaut. Pilze! Ich habe schon mal Pilze. Ich habe auch keine Textur am Arm. Gerade. Aber ich habe auch übelste Legs gerade. Wirklich nicht. Aber ich darf... Aber ich darf... Aber ich darf mich schluck auf. Und wenn ich schluck auf kriege, höre ich mich an wie so ein Meerschweinchen. Oh, das ist doch auch nicht normal. Dit, dit, dit. Was? So kommt meine Musik hier an. Ja, langsam geht's. Oh, doch nicht. Das ist normal. Ich habe Steine geblieben. Jetzt haue ich einen Baum. Also Leute, falls das hier jetzt richtig krass leckt, ich habe keine Ahnung warum. Normalerweise habe ich diese Probleme nicht. Ich hoffe, dass sich die Winchy auch nicht so schrottig anhört. Oder so mechanisch wie immer bei mir. Normalerweise höre ich mich nicht so an. Ja, kann man gerne bei ihr nachfolge gucken. Ja, kann man gerne bei ihr nachfolge gucken. Aber bei mir hört sie sich komischerweise so lächernd an. Irgendwie so... Merkwürdig. Merkwürdig. Da hat sie die Punkte. Da haben doch auch noch einen. Käse. Okay. Was kann ich herstellen? Meine Pieker? Ja, also nicht wundern, auf der... Was? Achso, die Musik. Oh Gott, das ganze... Hab ich mich jetzt erschrocken. Das Inventar sieht schon wieder anders aus. Auf diesem Server ist die S-Plus-Mod drauf. Wir spielen nicht auf unseren. Das Inventar sieht schon wieder anders aus. Ja, guck mal rein. Das sieht genauso aus. Nee. Naja, so die Bäume sehen ein bisschen aus. Also da ist Mut. Liegt hier auch irgendwo Steine am Boden. Hast du schon irgendwo Steine gefunden? Ich hab schon wieder gelevelt. Ich hab schon wieder gelevelt. Ich brauch Steine. Steine liegen auf dem Boden. Ja, die kannst du aber nicht nehmen. Ein paar davon ja. Ein paar davon nein. Ach man, hör doch mal auf zu lecken. Aber ich kann schon vorher Steine und sowas alles fahren. Ja, ich nicht, weil ich keinen Stein auf dem Boden finde. Ich würde dir da sagen, ich geb dir einen. Aber das willst du sicherlich nicht. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Hier. Hier. Ich weiß. Ich weiß es nicht. Ich war Angabe. Ja, und ich dreh mich um. Aber ich kann hier nicht sagen, am dritten Pilz rechts. Das klappt auch hier nicht. Stopp. So. Äh. Ausdauer. Erstmal alles irgendwie ein bisschen verteilen. Wasserschlauch braucht man hier. Toll. Ja. Ich geh erstmal auf Leben. Ne, ich mach alles Mögliche. Die keucht ja hier schon. Okay, du kannst hier scheinbar nicht alles erlernen. Ne, hab ich auch weit gesehen. Ne, hab ich auch weit gesehen. Deswegen, ich schalte auch nicht alles frei. Nur das, was ich wirklich brauch. Bisschen Steine. Der ist doch noch da. Ganz offensichtlich Abstand drauf. Also ich bin hier vorne bei irgendwie so einem Metallaufgang. Ja, der ist hier hinten bei mir. Dann bleib da am besten mal. Dann komm ich mal da rüber. Und sammel alles ein, was mir vor die Füße fällt. Hab Angst. Hinter dem Stein sieht man mich schon richtig. Ich hab mehr Angst. An alles, was weiß. Ich hab mehr Angst vor dem Verdursten. Oh nö, da unten ist doch schon so ein Vieh. Ich komm da nicht rüber. Ah, hier die. Ah, hier die. S-Plus-Sachen kostet so ein Glück nichts. Ich komm da nicht rüber. Ich geh nicht rüber, wohin ich rüber. Ja, da ist so ein, äh, so eine komische, verstrahlte Hyäne im Weg. Ich bin auch verstrahlt. Und da braucht man Leder. Oh! Ich hab gekauft. Ich hab mich erschrocken. Ist doch ein Bildschirm. Patsch, 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 Patsch. Oh, das sieht voll schön an. Kann Patschen. Patscht voll. Patsch, Patsch, Patsch. Hm. Erstmal Level. Okay. Wir bauen uns einfach mal hier ein Hiebchen hin. Erstmal. Erstmal. Patsch, 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 Patsch. Ah! Ah Mist, ich hab's schon wieder falsch. Ich wollte die ganze Zeit den Wasserschlauch leeren. Patsch, Patsch, Patsch. Mach mal weg. Mach mal weg. Ich sollte mal was essen. Gucke ich mir einfach mal Bären auf die Null. Ah, hier oben sind Tore. Was für Tore? Die sind aus für Stargeld. Die sind aus für Stargeld. Oh, ich verhunger. Nein, nicht verhungern. Alles nur das nicht. Hier, essen Papieren. Hast du was zu tun. Oh, das Glegge geht mir ja hier ein bisschen auf die Nerven, ne? Vor allem wenn du dich hier echt konzentrieren musst und gucken musst, wo die blöde Hyäne grad langläuft. Ja, das ist schlecht. Hab ich noch irgendwelche Punkte? Oh, jetzt lauter ich so hoch. Nein. Gott, keine mehr. Oh, da kann ich jetzt fern lassen. Ich werde auch bei 7 das Bett. Was ist das? Ein Trike. Okay. Ich lass dich doch einmal fressen. Nö. Das haben wir nicht. Stimmt. Ich sterb doch nicht mit Absicht. Da bist du. Hi. Ich lad dich erstmal ein. Oh, dann können wir nachher. Och, Mann. Hör doch auf. Ich hab wieder geäppelt. Sorry, essen ist erstmal wichtiger. Ich hör die ganze Zeit schon. Wo ist hier ein Ding? Ich war auf der anderen Seite. Ja, die ist da unten. Ja, genau da. Wenn du hier runter guckst. Irgendwo musst du die sein. Ja. Ich will die sehen. Hier und dann hier am Rand. Bei meinem Glück fahr ich da gleich runter. Ja, bei meinem Glück und meinen Legs auch. Wo stehst du? Wo stehst du? Da. Wenn du mich jetzt hier so zur Wand dahinten drehst, dann siehst du sie. Hier unten drunter. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie genau hier am Rand. Ach, ist doch doof. Dann ist sie nicht interessant. Oh! Klasse, Trike! Level? Sechzehn. So. Was kann ich jetzt herstellen? Ich brauch ne Axt. War hier oben irgendwas gefährliches oder so? Nein. Aber auch keine Bäume. Toll. Das weiß sie. Aber hinten bei mir auf der Seite war nichts. Hör auf zum Brummen. Patsch, 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 patsch. Oh. Ach du warst hier bei diesem Aufgang? Ja. Kann man doch bestimmt kurz bauen. Ja, ich war Hunger schon wieder. Ich war Hunger und verdurst. Ja, so viel zum Thema. Da war nichts. Da ist ein Raptor. Da war da gerade nichts. Also ich hab zumindest gesehen, dass der Para vom Raptor abgehauen ist. Das hört sich so bescheuert an. Platsch, 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 platsch. Als ob du Metallschuhe noch anhältst. Der ist ein Pfad. Der ist ein Pfad. Dann läuft der Barfuß auf dem Teil rum. Ja, der Raptor ist jetzt hier unten genau am Absatz. Und frisst, und frisst den Para. Was denn der für ein Level? Keine Ahnung. Der läuft da unten rum. Wo? Da unten. Und bewacht den Aufgang jetzt quasi. Der kommt hoch. Der kommt hoch. Der ist nicht so gut. Ich den immer auch nicht. Ach doch, da unten. Du laufst noch dahinten, ne? Er läuft wieder Richtung Aufgang. Da ist er ja. Er sieht dich gleich. Ja, egal. Dann bist du tot. Komm, krieg da ein paar auf die Nase. Dann bist du tot. Ja, wieder hier ist so ein Absatz, hier kommt er doch auch nicht hoch. Ich mach ne Melodie draus. Okay, ich mach die Drums. Klung. Ne, ne. Äh, der kommt gerade genau auf dich zu. Hallo, hier bin ich. Ich will er nicht. Ich will er nicht. Also ich glaub, ich geh jetzt hier... Oh, ist was leuchtende da? Duh, Erdbeben. Da fällt was! Ich glaub hier stehen. Vielleicht kommt noch mehr. Da! Kling! 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 Guck mal, das machen die doch mit Absicht. Flint. Uh, ganz viel. Wo ist der Raptor? Der Raptor setzt uns mit Absicht hier oben fest. Kann ich schon wieder irgendwas herstellen? Ich wollt auch grad gucken, aber... Nein. Lieber Erdbebengott. Kannst du mal... ...n bisschen Stroh droppen? Nein. Warum? Steine. Flint. Ich hab nur einen Stroh. Sag mal! Oh, er kommt hier hoch. Oh, er kommt hier hoch. Ich hab Speere. Den piekse ich jetzt. Ich hab noch gar nix. Kann ich denn welche lernen? Oder hab ich... Ich hab die glaub ich noch gar nicht frei... Doch, hab ich. Einen. Einen kann ich wollen. TOT! Yay! Ich glaub ich war endlich mal in Wasserschlau. TOT dem Raptor! Okay, dann können wir jetzt runter. Weiß ich bin mutig. Au. Ja, 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 ja. Alles gut. Also, ich würd' ja sagen... Ups! Oh, halt das. Ist das hier nicht eigentlich ein nettes... ...nettes Fleckchen erstmal, um sich was aufzubauen? Ja, eigentlich ja. Ehrlich gesagt. Weil... Ich hab schon wieder heil. Ernsthaft? So. Äh, ja, ich hab schon... ...n paar Stroh-Foundation vorgebaut. Ich auch, eine. Es fehlt mir Holz. Ach. Und? Ja, Holz kommt ja aus den Pilzen nach vorne. Welche Stroh-Foundation hast du denn gemacht? Das ist los. Das ist los. Oh, diese Motte hier. Scheißernst? Das läuft ja so richtig rund gerade. Muss ich schon sagen. Hm. Hier vorne am Dingswilz zu bauen, oder wo? Hier. Moment, ich crafte grad. Ich bin grad nicht so schnell. Hier kannst du nicht setzen. Hier kannst du nicht setzen. Ich weiß nicht, wo hier ist. Hier überall nicht. Ach, da bist du. Warum das denn nicht? Weiß ich doch nicht. Versperrgebiet? Versperrgebiet? So, ich kann nicht rennen. So, ich kann nicht rennen, ne? Also, wir werden ein paar Mal sterben. Ja, vor allem platzieren. Der Struktur ist hier. Ab hier kann ich bauen. Guck mal, hier ist ne Kiste. Na, Moment. Ich hab ne Kiste gefunden. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Das war nur ein blöder Dodo. Mega! Ich hab ne Kiste gefunden. Ich setz jetzt einfach hier hin. Ich hab keine Ahnung, wo hier ist. Das zeig ich dir dann. Ab da, wo ich bauen konnte. So, wo ist die Kiste? Da hinten. Die leuchtet da. Die ist so bläulich. Da vorne. Cool. So, da hab ich hingekackert. Boah, was wusste ich. Entry 9. Ein Dodo! Hallo! Ja, von dem hab ich mich grad voll erschrocken. Hat keiner gesehen. Hast du den Dodo gekillt? Nein. Was tue ich nicht. Warum, warum hab ich so was? Ich weiß nicht, ob du dein Bällchen gesetzt hast. Oder um drauf. Warte. Ich setz mit. Mir fehlt Stroh. Mir fehlt auch Stroh. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen bauen. Und dann... Das wär sinnvoll, aber dafür brauchen wir Leder, also doch Dodo killen. Hab doch schon Leder. Achja, du hast den Rapdo gekillt, ne? Genau. Narkosemittel, Mörser, Bett. Hier ist das S plus Bett. S plus Mörser. Oder... Mörser. Mörser schon wieder. Was fehlt jetzt wieder? Wieder Stroh. Holz. Oh, oh, oh. Ach, gib mal kurz Ruhe. Der guck öfter um. Und jetzt fehlen Fasern. Nee, ist so ein leuchtenes Pilz. Irgendwas fehlt immer. Eigentlich wollte ich den gar nicht ganz abbauen, aber naja. Du bist ja hier irgendwie nur durchgehend irgendwie am verrecken. Der war fast am verrecken. Mach nicht so hoch. Nee, nee, das räche ich schon. Dann mach ich jetzt mal... So, ich wollte jetzt ein Bett bauen. Ja, ich mach mal ne Tür. Oh, hab ich jetzt... West. Oh. Wie man es ja von A kennt, es fehlt immer irgendetwas. Ja, das kennt man ja. Nicht anders. Was? So. Wände. Wände. So, ich hab jetzt erstmal ein Bett gebaut. Das stell ich jetzt hier erstmal irgendwo hin. Weil es S Plus ist, kann man das, denke ich, aufheben. Ja. Ja. So. Hauptsache erstmal im Bett. Ja. Wenn es nur eins ist. Da hinten ist ein Kanu. Wo ist da hinten? Da in die Richtung. Da unten. Ja. Dann schnell zubauen. Und am besten nie wieder von der Tür gehen. Ja. Aber ich glaub, Stroh hilft da nicht viel. Ne. Ne. Ja. 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 So. Was fehlt jetzt wieder? Stroh und Fasern. Also hier kann man sich echt entspannt aufbauen. Naja, wir sollten schnell aufbauen. Ich bin nämlich gleich schon am Verdursten. Esbären. Die bringen doch nichts mehr. Doch, mach ich doch auch die ganze Zeit. So. Ähm. So. Ich baue jetzt dieses... Die Wand noch hier zu. So. Und jetzt würde ich sagen... Bis zur nächsten Folge. Da bauen wir das ganze Ding dann mal fertig. Und dann muss ich mich definitiv auf Wassersuche begeben. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Ja, das müssen wir beide, denke ich. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü